Die Schweizer Meisterin bei der Null 16 über 80 Meter höheren Sie ist eine der unsere Favoriten in diesem Finale Schweizer Meisterin über 80 Meter vor zwei Wochen Und die Bekäufer Schalke! Dominik Saugib an zwei, Manuel Gerber an drei, Marco Fünfball, Sie! Der letzte Final bei den Mädchen. Liatalmann, Kimberli Klag. Egal, du bist nicht von der LC Zürich, das ist der Leichtathletik-Club Zürich, aber von der FC Zürich? Ja! Was ist denn das? Ja, ein Fussball-Club, das macht keine Liederfläche. Also, ein Fussball-Rekunde! Ein großes Dankeschön an den Saumdlück von Patrick Schommel!